Simon, ich glaube, wir beide müssen niemandem erklären, wie sehr wir die nun folgende Kategorie lieben. Aber selbst wenn wir es sagen würden, und darüber machen sich die wenigsten von uns allen Gedanken, dann könnten das gar nicht alle hören. 218.000 Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind gehörlos. Gehörgeschädigt sind sogar 14,4 Millionen. Die Hälfte davon ist auf automatisierte YouTube-Videos angewiesen. Und hat die schon mal einer von euch versucht zu lesen? Nee. Stellt euch das mal vor. Jedes YouTube-Video ohne Ton. Das ist doch scheiße. Na gut, kommt auf die Videos an. Ich meine, Apecrime zum Beispiel. Naja, ja. Wie auch immer. Sind die eigentlich da? Hoffentlich nicht. Ihr findet uns hinter der Bühne, wenn ihr irgendwo seid. Wie auch immer, eine Initiative der European Web Video Academy und der Aktion Mensch setzt sich dafür ein, dass sich was ändert. Also jetzt nicht bei Apecrime. Da kommt jede Initiative zu spät. Diese gemeinsame Initiative will ein selbstverständliches Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung. Selbstverständlich. Und das natürlich auch im Internet. Und um das zu unterstützen, mache ich das jetzt mal. Und versuche, die Leute direkt anzusprechen, um die es hier geht. Sehr gut. So, Leute. Kommen wir also zu Games. Wir lieben Games. Und die Nominierten tun das auch. Hier sind die Nominierten in der Kategorie Games. Möchte und werde in dieser Staffel aus Bloodborne eine Waffe nachbauen. Nämlich die Blunderbassbütze. Das ist ja auch das Schöne an dem Projekt. Es darf ja gerne oder muss sogar kaputt aussehen, dass es wirklich gut wirkt. Es werden auf jeden Fall weitere Projekte kommen. Auf meinem Kanal und auch wieder auf Rocket Beans TV. Ich habe da nämlich wirklich so viel Spaß dran, die zu unterstützen, dass wir das weitermachen wollen. Vielen Willkommen, ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einer neuen Folge. Ja, das finde ich gar nicht so schlecht. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Euer Bergmann. Ich bin ein sehr relevanter YouTuber. Schon wieder die Volksschicht kriegt einen Cock in den Arsch. Ich schmeiß dich aus der Scheißbote. Ich habe gerade Chompy's übel geoutplayt. Ich bin ein bisschen heiß auf dem Kill. Cool, ich freue mich. Das bringt nichts. 2013 war er selbst nominierter. Heute präsentiert er die Kategorie Gaming. Begrüßt auf der Bühne The Kedos Zone. Ja. Hi, guten Abend. Gaming ist nach wie vor einer der etabliertesten Bereiche im Webvideo. Und trotzdem oder gerade deswegen muss immer wieder mit Mut zur Innovation an das Thema herangegangen werden, um dem Genre die Möglichkeit zu geben, sich weiterzuentwickeln und stets ein Stück neu zu erfinden. All das haben die drei Nominierten offensichtlicherweise getan, sei es jetzt durch cineastische Bilder, grandioses Handwerksgeschick oder eine sehr erfrischend unkonventionelle Art und Weise an verschiedenste Projekte ranzugehen. Und natürlich befindet sich unter diesen drei Nominierten auch ein Gewinner. Der Gewinner des Webvideopreises 2016 in der Kategorie Gaming ist Hand of Blood. Ja! Danke dir. Gratulation. Schönen guten Abend. Liegt ja mal eben hin. Ähm, ja. Ich habe tatsächlich was vorbereitet, entgegengesetzt zu meinen Vorgängen. Geht aber ganz schnell, denn ich habe das auf der Fahrt hier extrem runtergebrochen. Ähm, ich bin nämlich leicht verkatert. Warum, sage ich gleich, damit fängt es nämlich an. Äh, ich muss viel vorlesen, ähm, weil ich wenig Zeit und wegen der Verkaterung, denn, ähm, genau, ich möchte vorher anmerken, ja, ziemlich im Arsch bin. So. Denn ich war gestern auf der Hochzeit meines sehr guten Freundes, Wegbegleiters, Nachbarn und hört, hört, Managers, Hendrik Ruhe. Der heute sogar hier ist. Ähm, der trotzdem angereist ist. Ich wünsche euch alles Glück der Welt nochmal. Ähm, ja, oh. Und dann möchte ich unbedingt den, äh, Klavinova, dem Marty grüßen, der dieses Jahr das macht, was ich damals noch mit, äh, damals noch mit, äh, wahrscheinlich der größten Unterstützung, die man überhaupt haben konnte, nämlich Peter Urban machen, äh, äh, gemacht habe. Und zwar alleine. Also nochmal großen Respekt. Danke, danke. Ach, das wäre doch nicht nötig gewesen. Ja, ähm, letztes Jahr, wo ich da oben noch saß und wie gesagt, äh, wir hatten ja immer so einen Vertreter aus dem Fernsehen dabei, bei mir war das Peter Urban, denn letztes Jahr war das ja alles noch ein bisschen auch in, ne, Richtung Fernsehen mit der ARD zusammen und so weiter. Ähm, und dieses Jahr nicht. Und immer, wenn ich auf dem Familien, äh, fest bin, fragt mich meine Oma, so Maximilian, was machst du denn du nochmal? Und dann erkläre ich ihr das. Und dann fragt sie mich, auf welchem Programm kann sie das sehen? Wo soll sie einschalten? Und jetzt wäre das heute meine Chance gewesen, aber leider. Ja, gut. Aber, äh, ich muss persönlich sagen, dass ich eigentlich mich so wohler fühle. Ganz viele YouTuber wollen ja immer ins Fernsehen und noch höher hinaus. Aber ich fühle mich eigentlich ganz wohl auf YouTube und finde die Entwicklung nicht schlecht, so wie sie jetzt wieder ist. Ähm, denn ich mag YouTube. Ja. Äh. Ja, äh, jetzt muss ich viel vor... Naja, nicht viel, ne, ich hab runtergebrochen. Geht schnell. Ja, ich mag YouTube, weil ich YouTube selbst gestalten kann. Ähm, achso, falls ich zitter, ich bin auf Medikamente, jetzt nicht wegen dem Kater, sondern weil heute der Gräserpollenflug so stark ist wie noch gar nicht. Und ich hab drei Tabletten, naja, ist aber egal. So, also, ich mag YouTube, weil ich YouTube selbst gestalten kann. Viele sehen es ja anscheinend umgedreht. Ähm, es heißt ja immer, die Zuschauer gerade aktuell bestimmen den Content. Ähm, wir richten ja unseren Kanal nur danach aus. Privat, also die Rocket Beans haben das ja ab und zu mal gerade angerissen. Privat sind ja aber alle ganz cool und korrekte Menschen und wie dem auch sei, ich blätter um. Ja, ähm, aber ich finde, man sollte sich das nicht zu sehr einreden, denn immerhin macht ihr den Content, liebe YouTuber. Und, ähm, nicht die Zuschauer meiner Meinung nach. Ähm. Applaus Applaus Das, also, wo, äh, Deutsch-Abi, hab ich gelernt, was ein Totschlagargument ist. Und ich finde, das ist eins. Das ist ein ziemlich langweiliges Totschlagargument. Ähm, wenn man sich jetzt mal die, die Trends anschaut und die angesagten Inhalte bei YouTube, dann sieht man genau diese YouTuber nämlich, die eigentlich ja ganz cool sind, ähm, mit teilweise sogar sexistischen Inhalten und, äh, wirklich Assi-Content meiner Meinung nach. Ähm, und heute schlendern diese YouTuber hier über den roten Teppich und lassen sich feiern. Das, äh, ist nicht so meins, muss ich sagen. Applaus Applaus Okay. Wow. Gut, dass ich es runtergerissen hab. Ähm. Ja, äh, ja, ich finde, dass, wenn YouTuber ernst genommen werden wollen und wenn sie meinetwegen ins Fernsehen wollen und höher hinaus, dann sollten sie sich erstmal ihrer Verantwortung gegenüber ihren Zuschauern bewusster werden, finde ich. Applaus Ne, jetzt komm. Applaus Ich spreche die jetzt mal direkt an. Jeder weiß ja eigentlich, wer gemeint ist und jeder weiß, wer nicht. Ähm, ihr sagt, der Zeitgeist will asozialen Content. Man, man nennt uns doch jetzt Influencer, ähm, dann ändert oder beeinflusst doch als Influencer, den Zeitgeist. Kein anderes Medium wie YouTube hat so viel Einfluss auf junge Zuschauer. Also nicht rausreden. Gut. Applaus Jetzt kommt, jetzt, ja. Applaus Entschuldigung, wir können gleich runter. Jetzt kommt, jetzt kommt der schöne Teil und wieder alle, alle Fried und Freude, Eierkuchen. Vielen herzlichen Dank an den Webvideopreis, an meine Community und an all die Wegbegleiter und ehrlichen Freunde, die ich dank YouTube kennenlernen durfte. Allen voran meinen lieben Spandauer Jungs, ja, von Summoners Inn und vom Spandauer Inferno. Applaus Aber auch Freaks4uGaming, die mir unfassbar viel helfen, mich erziehen teilweise, was ja hier und da fehlt. Und erden, ja. Aber auch die ganzen anderen coolen Boys aus Berlin, ihr wisst alle, wer gemeint ist. Und ein paar auch aus Köln. Applaus Ich glaube, ab heute nenne ich dich Mutter Theresa. Du bist der beste Manager, äh, Mutter Theresa, die hieß überhaupt, die beste Theresa und auch die beste Mutter. Applaus Gut, dann, noch einen speziellen Dank, ich weiß nicht, ob er zuschaut, eigentlich sollte er mitkommen, an Kutscher. Applaus Dank ihm mache ich überhaupt noch YouTube. Vor drei Jahren wollte ich, oder habe ich studiert und da gab es noch ganz viel Nebenjob und Freundin und Familie. Und irgendwie war das zu viel und ich wollte mit YouTube aufhören, da hatte ich so 800 Abonnenten. Und der hat gesagt, Junge mach weiter und danke Kutscher, danke. Applaus So, nächstes Mal kommst du mit. Applaus Ich bin fast durch, ich bin fast durch, geh gleich. Dann an Alexander Feuerstein, der hier auch sitzt, der mir menschlich, aber auch arbeitstechnisch viele neue Sichtweisen dargelegt hat. Und mit dem ich zusammen mit Tim Gulke, der daneben sitzt, äh, mein aktuelles Lieblingsprojekt, Salzsturm der Gefühle stämme. Wir sind ein Todes-Trio, Jungs. Todes-Trio. Ja, und äh, warum das jetzt so ausführlich ist, ich finde, danke wird viel zu selten gesagt. Ich verneige euch vor, ich verneige mich vor euch allen. Viel Liebe an euch alle da draußen. In dem Sinne. Applaus Wir gehen gemeinsam runter. Ist ganz so schön. Applaus 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 Applaus